worum geht es denn jetzt heute sensibel hochkompetent und fix und fertig das war die überschrift denn unser thema ist in der hoch x mit anderen menschen zu arbeiten mit menschen die mit menschen arbeiten zusammen zu sein menschen die sich weiterentwickeln wollen die mehr wollen die größer sind die unverschämt sind unverblümt sind viel vom leben wollen viel denken fühlen viel wahrnehmen mit den menschen arbeiten wir und was leider sehr sehr häufig und eigentlich naturgegeben passiert ist dass diese menschen ausbrennen ich möchte behaupten dass ungefähr die hälfte bis sogar 70 prozent aller menschen mit denen ich in den letzten fünf jahren gearbeitet habe im rahmen der hohex ausbildungsprogramme wird man kein einzelcoaching mehr burnout erfahrung haben oder andere formen des bohr handbremse was kann das sein wenn du nicht burnout also körper körper macht geht nicht mehr was gibt es noch für möglichkeiten dass man einfach sagt ich kann nicht mehr du denkst auf einmal du musst diesen job auf der stelle ändern du denkst auf einmal an ihr der job ist es nicht aber partnerschaft ich muss die partnerschaft beenden du flüchtest in ersatz befriedigungen auch das kommt relativ häufig vor also binge eating binge watching alkoholismus andere formen von süchten süchten ersatz befriedigung weil die innere seele nicht genährt wird weil hunger da ist seelenhunger da ist sozialer und das ist etwas wo menschen wirklich eingehen können wie eine prima die du nicht gießt und darüber wollen heute abend reden und das machen wir jetzt mal ein bisschen anders als sonst ich habe schon angekündigt bildschirm frei und dann werdet ihr gleich die ungewöhnliche ansicht eines haupten ins haben so sagt immer wenn ihr das sieht dass da so ein powerpoint ins ist schreibt kurz ja wunderbar danke scheint zu funktionieren ok was ich jetzt aber auch mache wir haben jetzt gleich viertel nach jetzt jetzt bin ich ja nicht mehr pingelig ich werde jetzt ich werde jetzt den zu machen so es reicht ja auch wenn wir nachher miteinander hübsch ganz privat trocken wollen dann ist es auch völlig ausreichend wenn wir 60 teilnehmer haben wie kann ich das machen mit den sperren so jetzt immer unter uns keiner kommt mehr dazu so so könnt ihr sie sehen machen um ja danke wunderbar um was geht es denn heute also das ist das haupt focus thema wenn du als menschenbegleiter unterwegs bist mit anderen menschen arbeitest als hoch sensibel wir reden über hoch x menschen ganz ehrlich ich bin so arrogant und überheblich und sage die anderen interessieren mich nicht ich möchte mit den menschen arbeiten die wirklich mehr wahrnehmen mehr fühlen mehr spüren mehr zwischen den zeilen lesen können die körpersprache interpretieren können die riechen können die schwingen die schwingungen wahrnehmen können die aura sehen können das sind die hoch x menschenbegleiter und viele von denen vernachlässigen ihre eigenen bedürfnisse leider warum weil sie so gerne für andere da sind und das wird der ein oder andere von euch kennen dieses gefühl ja aber es ist meine lebensaufgabe es ist meine bestimmung es ist meine berufung und wie kann ich denn dann nein sagen an einer bestimmten stelle und wir werden über das nein sagen und abgrenzen heute abend noch gut reden ja wichtig ist aber dass wir achten auf uns weil nur dann wenn wir auf uns achten können wir für andere da sein und so und birgit und katja die emi schon länger kennt ihr kennt den satz weil ich ihn permanent wiederhole alter buddhistischer merksatz der meister kümmert sich immer zuerst um sich selbst zuerst denn nur dann kann er für andere da sein und er setzt meister durch coach therapeut heilpraktiker arzt lehrerin kindergärtner äh et cetera ist völlig egal nur wenn du für dich selber sorgst und schaust dass deine bedürfnisse erfüllt werden und dass du unter wir werden heute häufig über balance reden balance nur dann kannst du auch ein guter menschenbegleiter sein die herausforderungen liegen auf der hand denn das ist nichts anderes als bei den menschen mit denen wir arbeiten die hochsensiblen die hochsensitiven ich erkläre auch gleich noch den unterschied die leiden häufig unter reizüberflutung stressanforderungen rückzugsbedürfnis sie wollen helfen können schlecht nein sagen haben vor allen dingen wenn sie selbstständige menschenbegleiter sind das ist ja unser fokusthema häufig probleme mit selbstmarketing und sichtbarkeit also wie kann ich so sichtbar sein dass ich ein profitables business auch leben kann mit all dem geben wollen helfen wollen unterstützen wollen ein weiterer punkt ist nicht abschalten können overthinking immer grübeln immer das gedankenkarussell immer dieses gefühl ich muss hier noch mehr verstehen und mich noch mehr gedanklich auch einfühlen in meine klienten und in die menschen mit denen ich arbeite und ein weiterer punkt da gehe ich sehr ausführlich darauf ein ist die balance zwischen geben und nehmen und ihr seht es hier an dem bild das ist ein jonglieren mit bellen die 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 tante da die hat drei in der hand wir sehen hier sieben und das ist ja noch nicht alles guck mal nicht mit diesen dingern rum machen und zu wissen eigentlich überfordert mich das eigentlich macht es mich kaputt wer von euch kennt denn das lasst mich das mal ganz kurz im chat wissen ob ihr das ob ihr das wirklich gut ich sehe schon ich sehe schon hier gerade auch bei euch was ihr schreibt ja es ist einfach schnief ja sicher die punkte ja mich macht also mich macht das immer extrem traurig manchmal sogar ein bisschen verzweifelt weil diese menschenbegleiter die hoch x sind die werden derartig gebraucht an anderen die mehr können mehr wahrnehmen mehr fühlen mehr denken mehr reflektieren mehr spüren und so weiter das ist wir dürfen wir haben eine verpflichtung wir haben eine verpflichtung für uns zu sorgen damit wir da sein können aber genau das ist ja der spagat das ist das jonglieren ohne ende und das macht es wirklich wirklich schwierig ich gehe mal weiter ich bezeichne mich sonst es ist ja wer mich noch nicht kennt ich will es kurz erklären warum bin ich prädestiniert für burnout für dysbalance ich bin jetzt seit 35 jahren menschenbegleiter zuallererst als therapeutin gesprächstherapeutin atemtherapeutin reinkarnationstherapeutin fußreflexzoontherapeutin massage regi dann habe ich als seminar als sterbebegleiterin gearbeitet mit krebskranken sterbenden frauen junge frauen alle unter 40 das war heftig weil ich verstehen wollte was in diesen menschen passiert bin ich heilpraktikerin geworden damals gab es noch nicht die möglichkeit wir reden von Anfang der 90er kleinen heilpraktiker großen heilpraktiker gab es nicht also habe ich den voll heilpraktiker gemacht wie sich das gehört bin dreimal durch die prüfung gerasselt habe es immer wieder versucht aber dann hat es geklappt der schwerpunkt war psychosomatik ich wollte wissen wie Seele mit Körper korrespondiert wie Verstand Geist Emotion miteinander im Dialog im Austausch ist das ist ja nicht immer ein Dialog das ist ja ein Tetra Multilog ja dann habe ich klassische Ausweisungsverfahren gelernt wie kann man loswerden was nicht zu einem gehört körperlich und seelisch und heilfassen dann war ich Kommunikationstrainerin ich habe Personal Coach Business Coach Ausbildung habe als all das gearbeitet Unternehmensberaterin für High Potentials damals schon vor 20 Jahren Talent Scout Executive Coaching Seminalleiterin Speaker Coach ich habe nebenher und ich sage nebenher zehn Bücher geschrieben nebenher neben dem Vollzeit tätig sein warum ja weil ich ein starkes warum hatte weil ich eine starke Mission hatte weil ich eine starke Vision hatte weil ich mich immer zurückgenommen habe und der eine oder andere der mich schon länger kennt der weiß wohin das geführt hat energetische Dysbalance letztes Jahr vorletztes Jahr zweimal Nahtoderfahrung Herzstillstand Herz hat nicht mehr mitgemacht Modo hat gestreilt hat gesagt so geht das nicht du kannst nicht immer nur geben und was das geben war und wo ich zu viel und nicht für den Ausgleich gesorgt habe das erzähle ich euch später im weiteren Verlauf wichtig ist nur dass ich weiß dass das was ich da schreibe keine eine Spezifität ist überhaupt nicht sehr viele Hoch X Menschen haben solche Lebensläufe die haben schon dies gemacht jenes gemacht vor allen Dingen wenn sie vielbegabte Scanner-Persönlichkeiten auch noch sind die können viel die sind chronisch neugierig die sind auch neugierig aufs Leben die lernen wahnsinnig gerne sie dehnen sich gern aus sie weiten sich gern aus sie möchten gerne mehr erfahren vom Leben mehr verstehen und all diese Menschen die so viel ja und gerne und ich habe ich habe nochmal wirklich jahrelang habe ich voller Stolz gesagt ich steppe ich arbeite eigentlich immer oder eigentlich nie weil es ist das größte und tollste was ich kann und es macht mir die größte Freude es ist wirklich so ich liebe das was ich tue aber ich liebe es manchmal zu viel dieses zu viel über das zu viel werden wir noch reden das führt dann dazu dass eben Selbstfürsorge nicht im Vordergrund steht sich um andere kümmern weil wenn du auch noch Kinder hast Familie hast ich habe fünf Kinder großgezogen in dieser Zeit war das ja auch alles noch fünf Kinder sieben Stiefkinder verheiratet Hund Katze Maus ne wählen sie dich Maus war nicht aber alles das lief so ja ja Stefanie ja das sind Dinge die dann dazu führen dass die Dysbalance irgendwann mal aus ja einfach Stopp sagt ja und das ist das wo ich sagen kann wir lernen vom Leben wir lernen mit jedem mit jedem tun mit meinen eigenen scheitern und und Probleme haben und managen oder nicht habe ich gelernt damit umzugehen und das gebe ich weiter und auch jetzt heute gebe ich weiter das was ich gelernt habe in den vergangenen anderthalb Jahren wenn du nämlich nicht für dich sorgst passiert das das ist nicht spezifisch für Hoch X Menschenbegleiter das ist spezifisch für alle Hoch X Menschen vor allen Dingen die hochsensiblen und hochsensitiven da gibt es viele Gemeinsamkeiten es bedeutet vor allen Dingen erstmal mehr an Wahrnehmung bei den hochsensiblen geht es um die körperlichen Sinne sehen hören riechen schmecken spüren ich habe heute eine Tüte gerade eben eine Viertelstunde bevor wir angefangen haben Tüte Aprikosen ausgepackt diese Aprikosen lagen aber zwei Tage in einer Tüte aus dem Supermarkt ich mache die auf da kommt so eine kleine ich kann es fast sehen wie so eine Fahne raus und ich denke oh und ich schmeiße sie alle weg alle zehn dann gucke ich sie noch genauer an denke naja drei wären vielleicht noch okay aber schon dieser da kommt ein Geruch an und ich muss es nicht anfassen ja und ich meine weg damit oder neulich letzte Woche war ich essen in einem Restaurant da gab es so ein ganz kleines Schüsselchen so ein Dip und ich denke der Dip hat fünf Minuten zu lange in der Sonne gestanden wenn etwas zu warm ist ich sehe schon wie ihr nickt das Schöne ist ich sehe euch ihr seht euch nicht aber ich sehe euch wenn ihr die Kamera anhabt und das ist eben dieses mehr wahrnehmen mehr spüren im körperlichen Bereich das kann auch sein irgendwelche Shampoos Waschmittel das können Nahrungsmittel sein auch beim Essen und so weiter und so fort bei den hochsensitiven da geht es um die emotionale und soziale Kompetenz bei Howard Gardner der die Motiv-Intelligenz-Formen beschrieben hat geht es um die intrapersonelle und die interpersonelle Intelligenz intra also das was ich in mir habe das spüre ich das nehme ich wahr damit versuche ich umzugehen das lerne ich zu managen zu handeln Selbstfürsorge liebevoll mit mir umzugehen und interpersonelle Intelligenz ist die die zwischen uns stattfindet die Interaktion der Dialog da spürst du als hochsensitiver Mensch ob du belogen wirst oder ob ein Mensch in dich verliebt ist oder ob er Angst hat das kannst du riechen sehr viele hochsensible Menschen können das auch riechen tatsächlich oder eine meiner Töchter 20 Jahre in der Arztpraxis gearbeitet die riecht wenn ein Mensch todkrank ist das dumme ist das riecht die aber nicht nur in der Arztpraxis das riecht es auch wenn sie beim Rewe in der Schlange steht und wartet an der Kasse nicht so gut ja und nun haben wir die gelösten Fähigkeiten und die ungelösten wenn du noch nicht wirklich gelernt hast mit diesen Gaben als Hoch X Mensch umzugehen dann kann das positive oder negative Auswirkungen haben und diese Auswirkungen haben etwas damit zu tun wie wir mit unseren Klienten umgehen können oder mit den Menschen um die wir uns kümmern ein Menschenbegleiter ist auch eine Mutter ein Menschenbegleiter ist auch ein Vortragender ein Lehrer ein Arzt was passiert wenn Hoch X Persönlichkeitsmerkmale bei Hoch Sensiblen gelebt oder nicht gelebt werden es gibt immer hier so eine auch hier Pendelbewegung Ausgleich die einen ziehen sich ins Schneckenhaus zurück und die anderen werden unruhig überaktiv angespannt wie ein Flitzebogen Flitzebogen kennt ihr vielleicht die einen gehen dann ganz viel nach innen und wollen gar nicht mehr raus ich bin so eine und die anderen die sind die ganze Zeit im Außenmarkt und wollen es anderen recht machen sich anpassen und Anerkennung kommen und all sowas dann gibt es Menschen die sich permanent glauben schützen zu müssen was passiert wenn ich glaube mich immer schützen zu müssen dann bin ich auch dabei mich zu überfordern und andere zu überfordern und dann gibt es auch die Menschen die zwischen diesen extremen hin und her schwanken je nach Energie Level oder Temperament auch Charaktermerkmal ja genau du auch eben genau ich habe gerade gesehen ja diesen Schwanken das ist vor allen Dingen dann interessant wenn ein Mensch ambivertiert ist du weißt es wir haben darüber gesprochen also es gibt die introvertierten es gibt die extrovertierten und es gibt die ambivertierten die können switchen hin und her zwischen diesen beiden intro extro merkmal je nach Anforderung und das ist etwas was Kraft kostet es kostet Kraft Energie wo soll ich abschalten wie soll ich abschalten wie soll das gehen und das ist was wo du dann immer wieder denkst ich bin an der Grenze des Machbaren ich will ganz kurz über das Spannungsfeld noch sprechen die Grenzen des Machbaren passieren nämlich häufig durch diese Ebenen bei uns in der Ausbildung kennen diese Unterlagen das sind die gaussischen Glockenkurven die eine ganz normale mathematische Kurve ist in der Wissenschaft wunderbar nachgewiesen ist im Zusammenhang mit der Intelligenz Forschung hier haben wir die kognitive Intelligenz also das was im normalen Intelligenztest gemessen wird ihr kennt das hier das ist diese Kurve hier haben wir die hochbegabten hochbegabt also man spricht ab 130 von Hochbegabung aber eindeutig anders ticken die Uhren schon sehen wir hier an der Kurve ab 115 IQ das hier ist die Masse der Menschen hier sind die meisten Menschen 68% und hier haben wir die mit weniger Intelligenz Intelligenz Minderung bis zu unterdurchschnittlich oder Lernen das kennt jeder aber was keiner kennt ist dass das ja noch weiter geht wir haben nämlich auch bei der emotionalen und der sozialen Intelligenz eine ähnliche Kurve hier ist die Masse der Menschen also in diesem Maß sind sie emotional und sozial intelligent hier haben wir die Hochsensitivität bis hin zur Medialität und hier haben wir die Alexithymie die Alexithymiker sind gefühlsblind ich will das deswegen erklären weil ist ja logisch wenn wir hier auf Menschen treffen die hier leben entsteht Spannung genauso wie wenn wir hier sind die hoch intelligenten kognitiv intelligent auf minder intelligent Leute worüber sollen wir reden was sind die Gesprächsthemen was ist der Austausch Austauschmöglichkeit hier wo ist die Austauschmöglichkeit über unsere Wahrnehmung über das was wir sehen was wir fühlen was wir hören was wir riechen was wir spüren du guckst hier wenn du wenn du so hier in dem Bereich veranlagt bist als hoch X-Mensch guckst du diesen Menschen hier in die Augen und denkst wieso merken die nicht wo sie gerade stehen und was sie da machen und du siehst diese gucken dich glasig an und verstehen überhaupt nicht wovon du sprichst ich weiß es hilft es ist es ist nur eine Erklärung das Erklärungsmodell hilft uns jetzt an der Stelle noch nicht aber das Erklärungsmodell ist extrem nützlich weil wenn wir das erkennen dass es so ist und zwar übrigens auch hier im letzten Bereich mit der spirituellen Intelligenz hier haben wir das Hochbewusstsein hier haben wir Unbewusstheit hier sind die meisten Menschen dann wissen wir auch dass das was hier immer auf der anderen Seite hier passiert hat nichts mit uns zu tun das ist so wichtig egal ob wir hier bei der kognitiven sind hier wenn dich einer anschaut als wärst du eine Kuh auf dem Eis und wenn es donnert dann nicht weil er irgendwie dir an Karren fahren will oder boshaft ist oder so er versteht einfach nicht was du willst wovon du redest wenn du hier einem Menschen der hier ist erzählst davon du ich habe gesehen du bist heute sehr belastet und gestresst wollen wir nicht erstmal ein Stückchen spazieren gehen dann guckt der mich an ich rede mal von einem Partner guckt dich an was willst du eigentlich bin doch gerade erst nach Hause gekommen ich habe doch noch gar nichts gesagt du hast es aber gesehen an der Körpersprache an der Haltung an der Gestik an der Mimik an der Zornesfalt oder den Sorgenfalten an der Stimme an der Stimmenmodulation und hier sind wir auf einer ganz energetischen Ebene du spürst es einfach über diese innere Weisheit hinaus und dieser Spannungsbogen das ist diese die Gauss'sche Glockenkurve ganz normales mathematisches Modell ganz fürchterlich das ist das worunter Hochpicks Menschenbegleiter häufig leiden wenn sie versuchen es allen recht zu machen wenn sie versuchen geliebt zu werden Anerkennung zu bekommen und zwar von allen und das wollen viele hochsensible und hochsensitive Menschen weil sie ein starkes Harmoniebedürfnis haben das ist nämlich hier diese persönliche Antipersönlichkeit als sensibler Mensch wir haben einerseits das Temperament und wir haben das psychosoziale Umfeld das eine ist intern das andere ist extern intern heißt ich bin eine ich bin halt ein Aufstehen Männchen ich muss ich drehe das schon irgendwie hin ich schaffe das schon irgendwie und gehe über meine Kräfte das ist mein Temperament andere haben ein Temperament wo du sagst ich schaffe das nicht es ist mir zu viel die kommen gar nicht auf den Gipfel wo du dann einfach mal den Cut machen musst sondern die die sind schon vorher platt alle und dann haben sie noch das psychosoziale Umfeld das etwas von ihnen will irgendwelche Anforderungen hat sie müssen irgendwas leisten sie müssen irgendwie funktionieren sie müssen in irgendeiner Weise für andere da sein und das erzeugt Stress und schon hast du ein Problem das ist für jeden hochsensiblen hochsensitiven Menschenbegleiter so Problem heißt ja nur ich habe es noch nicht gelöst so aber wie sieht denn das aus wenn ich es löse was muss ich denn da tun also wie kann ich mir selber Gutes tun und da haben wir dieses schöne ich habe auch eine Grafik dazu gemacht wir haben das innere erleben und den äußeren Rahmen und ihr seht auch hier wieder es ist wie bei der Glockenkurve es geht immer um eine Pendelbewegung es geht um die Balance von einer in die andere Richtung wir hatten es auch mit introvertiert extrovertiert ambivertiert wir haben inneres erleben wir haben äußeren Rahmen und dann haben wir unsere eigenen internen Ideale wie etwas sein soll wie ich es gerne machen möchte meine Werte ich habe meine Bedürfnisse Gefühle Visionen Interessen und dann habe ich auf der anderen Seite die soziale Umgebung Regeln Grenzen wie man was macht Erwartungen Ansprüche und dann kommt dazu das Leben ist anstrengend weil die Realität zeigt ich bin ständig im Spagat das zerreißt innerlich und ich schätze der ein oder andere Oktoberfest-Effekt Oktoberfest-Effekt sehe ich hier gerade äh interessant den kenne ich noch nicht den Begriff habe ich wieder was gelernt ja das ist das was die Spannung erzahlt das ist das was die Energie kostet was müde macht was in irgendeiner Weise erschöpft und Erschöpfung gibt es ja mental emotional sozial und auch intellektuell nicht vergessen und wenn es zu doll wird wird es emotionales Burnout intellektuelles Burnout soziales Burnout oder kognitives Burnout und gerade auch x-Menschenbegleiter leiden sehr häufig genau darunter lass uns weitergehen wie geht denn das mit der Balance auch hier sind wir bei dem Thema geblieben wir haben Gesundheit das ist das körperliche und seelische Empfinden wir haben Beruf und Arbeit wir haben unsere eigene für uns alleinstehende Persönlichkeiten wir haben Beziehungen die Interaktion das Soziale alles das will berücksichtigt werden will gesehen werden will beachtet werden und jetzt haben wir immer wieder die Herausforderung wie viel Zeit habe ich denn wofür ich habe euch erzählt wie bei mir das Ganze rein zeitlich wir haben alle 168 Stunden in der Woche und dann schläfst du davon ich brauche ich brauche ich brauche besser neun Stunden Schlaf damit ich mich wirklich wohl fühle was bleibt dann übrig wenn du zehn Stunden arbeitest zwölf Stunden arbeitest dann willst du aber noch was essen Körperpflege duschen und so weiter mit den Tieren spazieren gehen und so weiter das muss ja alles da in die Balance eingeplant werden und wichtig ist hier sich auch wieder zu fragen was ist mir wirklich wichtig was hat eine hohe Bedeutung für mich was hat einen hohen Stellenwert in meinem Leben wenn ich das nicht weiß kann ich nicht dafür sorgen dass das auch in Erfüllung geht es ist so wie das was ich zu Beginn gesagt habe wenn ich nicht weiß welche Bedürfnisse ich habe und entsprechende Fragen stelle kann ich nicht dafür sorgen dass ich Antworten bekomme so dann haben wir das Thema wollen können dürfen was heißt denn das das bedeutet dass die meisten Menschen sind immer wieder dabei dass sie denken sie müssen sich mehr können aneignen das ist extrem weit verbreitet können Qualifikation Leistung Kompetenz Fähigkeit wer kennt das habe schon das eine oder andere nicht gesehen können 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 ja aber die Frage ist gebe ich mir selber die Erlaubnis das sind das sind wir beim dürfen darf ich das und gerade diejenigen von euch die bei uns in der Ausbildung sind entweder zum Horex Coach oder Horex Master Coach die kennen das es geht zentral darum dass wir uns selbst die Erlaubnis geben Selbstverantwortung dass wir Erfolg haben dürfen und zwar mit dem was wir besonders lieben was wir besonders gut können wo uns das Herz ausgeht wo wir morgens aus dem Bett hüpfen und sagen geil ist die Welt der Mensch kommt heute als Klient zu mir und ganz viele Horex Menschen haben aber diesen komischen Glaubenssatz in sich wenn ich das furchtbar gerne mache und es eigentlich mein Lebensglück ist das machen zu können kann ich doch kein Geld dafür nehmen und wenn schon Geld naja okay dann aber nicht so viel und ich möchte ja auch für die sozialbedürftigen da sein für die alleinerziehenden Mütter für die Studenten für die Schüler für die Rentner für und so weiter wir kommen noch drauf was das zu tun hat mit beruflichem Erfolg und Karriere als Hoch X Mensch denn dieser Anspruch ist ein weiterer Spagat wir sind schon wieder bei dem Thema Düstballons Ja na genau können hätte ich schon gewollt nur dürfen habe ich mich nicht getraut ja ich weiß jeder Personalchef ist zertifikatesüchtig bei der Auswahl der Bewerber das stimmt gibt tatsächlich Branchen und Bereiche wo das extrem wichtig ist wir sind aber nun hier bei dem Thema Menschen Begleiter und unser Fokus ist ja Coaches Therapeuten Berater Heilpraktiker psychologische Berater und ich kann es nur oft genug sagen und ich schwöre es ist mir noch nicht ein einziges Mal passiert noch kein einziges Mal dass irgendein Klient von mir ein Zertifikat Nachweis ein Ausbildungs Zertifikat oder sowas haben wollte noch nicht einmal die einzige Situation wo das passiert ist war als ich im Unternehmensberatung Kontext tätig war und im Coachpool von großen Konzernen oder Firmen war um als im Coachpool aufgenommen zu werden das war damals war so eine Geschichte mit High Potentials und Talentscouting Telekom und was war es noch SAP da musst du alle Zeugnisse und Referenzen und so weiter einreichen sonst interessiert es keinen wirklich nicht da kommt es darauf an auf den Bereich dürfen gibst du dir selbst die Erlaubnis hast du dir selber gesagt ich kann das können und dann kommt tatsächlich etwas was die allermeisten wirklich vergessen ist das Thema ich entscheide mich das dann auch zu machen und das hat sehr viel mit Mindset zu tun wie erfolgreich du bist oder wie erfolgreich los du dir erlaubst zu sein ja ich kann das nicht anders sagen hat immer was ausschließlich mit uns es gibt kein ja aber die anderen ich erzähle euch eine Geschichte aus dem narrativen Coaching da hat ein Mann in Amerika einen Würstelstand und da hat einen Würstelstand ihr kennt diese Hotdog-Dinger ja und dann sagt er das läuft gut ich mach mal noch einen auf und ich stelle mir jemanden ein der dann die Würstel da verkauft und läuft auch ganz gut nach ein paar Wochen hat er gesagt ach komm ich mach mal noch ich mach mal noch einen auf und so hat er vier oder fünf Würstelstände und dann kam sein Sohn zu ihm und hat gesagt Papa wie kannst du und wir haben eine Rezession und wir sollten überhaupt nicht expandieren der Business und Wirtschaft geht runter und daraufhin hat der Papa gesagt ich wollte noch fünf weitere Würstelstände eröffnen was hat er gemacht er hat die ersten die nur den ersten behalten und die anderen hat er alle gekündigt aufgegeben und hat dann zu seinem Sogen gesagt du hattest recht es ist ja doch nicht wirklich gut gewesen dass ich mich ausgeweiht und expandiert habe wenn der seinen Zehnten eröffnet hätte und niemand hätte ihm gesagt Mindset oh wir haben eine Rezession wäre weiter erfolgreich gewesen jo dürfen jetzt kommen wir auf ein ganz 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 fieses Thema ist geben seliger denn nehmen wird das so schöne deutsche Sprichwort geben ist seliger denn nehmen und leider ist das einer der größten ich kann es gar nicht anders sagen Erfolgsfallen bei hochsensiblen Menschen die so gerne geben die so gerne helfen die andere Menschen so gerne unterstützen die soziale Gene haben innen drin in ihren Mitochondrien sitzt das drin und da gibt es aber tatsächlich wunderschöne Untersuchungen dass die hochsensiblen Menschen die so gerne geben und schenken auch eine eingebaute Erfolgsbremse haben wie kommt das Adam Grant der ein oder andere hat vielleicht schon von ihm gehört Adam Grant war ein Professor Harvard Professor Organisationspsychologie der hat untersucht und zwar große Studien 30.000 Menschen und Unternehmen was macht die einen erfolgreich was macht die anderen erfolglos was unterscheidet die eine Gruppe von der anderen Gruppe und er hat was ganz tolles gefunden es gibt nämlich genau drei Menschen Typen die in dem zwischenmenschlichen Austausch in der Aktion deutlich zu unterscheiden sind das sind die Geber das sind die Nehmer und das sind die Tauscher die Geber sind immer grundsätzlich bereit andere zu unterstützen die Nehmer unterstützen andere nur wenn sie glauben dass sie was zurück bekommen oder wenn sie vorher schon mal was bekommen haben und sie dann eben zurück zahlen müssen sie haben überhaupt kein Problem damit erst mal was zu nehmen und die Geber die wollen eigentlich immer erst mal geben und die Tauscher sind die mit dem fairen Hand und das Schöne ist aber dass es einen großen Unterschied gibt und wir reden von Erfolg als Hoch-X-Mensch dass viele Hochsensible im beruflichen Umfeld schon eher sind wie Tauscher oder Nehmer und nicht die Normalsensiblen und im privaten Umfeld sind sie wie Geber was heißt das jetzt ja ist echt fies Adam Grant da habe ich es auch aufgeschrieben hat herausgefunden dass die weniger erfolgreichen die erfolglosesten Menschen weniger erfolgreich hört sich immer so nett an aber wir reden von erfolglos waren die Geber Mittelmaß ein großes breites Feld waren sowohl Demer als auch Tauscher und dann kamen als erfolgreichste wiederum die Geber und die Frage natürlich wieso wird ein Geber einerseits möglicherweise besonders erfolglos und die andere auf der anderen Seite besonders erfolgreich und die erfolglosen Menschen Begleiter waren deswegen so erfolglos weil sie Opfer wurden sie neigen dazu sich ausnutzen zu lassen deswegen brennen sie aus deswegen haben sie oft Angst ausgenutzt zu werden übervorteilt zu werden wenn mir das beim dritten mal beim vierten mal beim fünften mal passiert was mache ich ich ziehe mich zurück und darüber hinaus können sie schlecht nein sagen wer von euch kennt das Grund 1 Grund 2 Grund 3 schreibt mal rein ich sehe auch ihr habt die Hand gehoben sehr schön ja ich bin ich bin einer von den von den vierern muss ich wirklich sagen also das ist ja genau Stefanie zwei ausbrennen ja aha das kann übrigens das ist häufig Ö2 ist im Unternehmenskontext häufig der Fall du siehst ein Problem du siehst auch die Lösung du würdest gerne helfen du bist für andere da du machst Verbesserungsvorschläge aber es kommt nichts dabei heraus keiner will es hören keiner ist in der Lage es umzusetzen und die Effektivität ist am Arsch das heißt du hast das Gefühl gegen Windmühlenflügel Don't Kishot ja das ist ermüdend ohne Ende das kommt leider in großen Konzernen je größer umso häufiger kommt das vor oder wenn irgendwelche politischen Strukturen im Hintergrund tätig sind oder aktiv sind da kann das der Grund zwei besonders ermüdend sein ist einer der häufigsten Gründe übrigens warum sich dann eben hoch X Menschen auch selbstständig machen und warum sind die erfolgreiche die hoch X Menschen die Geber sind der Hauptgrund ist der Geber ist ein toller Netzwerker der spricht gern mit anderen er gibt gerne weiter er macht gern Informationsweitergabe der vernetzt andere Menschen ach du was weiß ich du hast gerade ein Kind mit drei Jahren ich kenne da eine Frau die hat auch ein Kind mit vier Jahren ich kenne das von meiner Tochter zum Beispiel das ist also eine der Hauptfähigkeiten weil du dich gut auf andere Menschen einlassen kannst bist du ein toller Netzwerker wenn du nicht so extrem introvertiert bist dass du gleichzeitig schüchtern bist schüchtern wiederum ist eine Bremse geht auch in Richtung Veränderungsbedarf ganz dringend und dann kannst du schlecht Netzwerken wenn du aber wirklich gerne mit anderen zusammen bist dann bist du guter Netzwerker im Unternehmenskontext sind die extrem motivierend die sind ansteckend die haben eine einladende Haltung jeder will dann auch gerne geben und sie können gerade im Teambuilding unheimlich wertvolle Menschen sein die andere animieren mitzumachen und deswegen Angeber machen andere erfolgreich sie wissen dass andere Menschen weil sie so Menschen Beziehungstypen sind menschenbezogene Typen sind dann mögen sie gerne mit Menschen zusammen sein sie ziehen sich nicht so wir reden von den gelösten wir reden nicht von den ungelösten und Leute ich hoffe doch sehr wer als Menschenbegleiter unterwegs ist Coach Trainer Therapeut ich will es gar nicht aufzählen immer alles deswegen sagen wir Menschenbegleiter der sollte gelöst sein mit seinen Hoch X Themen gelöst und nicht ungelöst dann treffen wir gute Entscheidungen sind auch bereit so eine Mischkalkulation zu machen kostenlose Angebote wie das für heute Abend später erzähle ich natürlich noch wenn jemand mit mir arbeiten will oder mit uns arbeiten will wie das geht aber ansonsten macht sowas einfach Spaß das ist toll ich bin auch voll begeistert es sind immer noch ganz viele da sind nur fünf seit ihr begonnen haben kann das sein sind ausgestiegen die anderen sind immer noch da weil ihr Hoffnung habt dass ein neuer Input kommt weil ihr Hoffnung habt dass durch Interaktion mit anderen gleichartigen Menschen gleichartig eine andere Energie entsteht eine andere Kraft entsteht ein anderes Feld entsteht wovon du was profitieren kannst und nun haben wir wieder hier diese Selbstfürsorge die Balance und es ist wichtig dass wir diese Bereiche für uns wirklich harmonisch ausgleichen harmonisch heißt natürlich das ist wie beim wie bei einem Trampolin da hüpfst du mal in die Ecke hüpfst du in die Ecke und das schwingt alles immer mit aber insgesamt darf nicht passieren dass da so ein Riss ins Trampolin kommt und du durchklatscht und auf den Boden hängst habe ich mal ein Video gesehen fällt mir gerade ein also diese vier Bereiche Gesundheit Beruf Arbeit Beziehung und Persönlichkeit sind zentral um eine gute Balance zu haben damit wir nicht ausbrennen damit wir nicht fix und fertig sind das war das Thema von heute Abend fix und fertig was können wir denn tun und das ist das was ich jetzt gerne euch wozu ich euch animieren möchte bevor wir dann in den Austausch und in die Fragestellung gehen nehmt ihr jetzt Zeit wir haben gut Zeit oh ja wir sind gut der Zeit ich habe mich heute nicht vertüttelt nimm dir nimm dir zehn Minuten Zeit und schreib bitte auf wo du jetzt etwas tun kannst um eine innere oder äußere Balance in diesen Lebensbereichen Gesundheit Beruf Arbeit Beziehungen Persönlichkeit herzustellen und ich gehe mal in der Reihenfolge derjenigen die sich zuerst gemeldet haben wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit haben wir ein bisschen später angefangen also wenn du eine Frage hast hier wollen Nummer eins Diana grüß dich hallo Anna schön dich mal wieder zu sehen und ja ich stimme dir zu dein Kurzcoaching ist knackig und danke nochmal dafür an der Stelle ja nicht für weiche Eier ne überhaupt nicht ist auch alles gut hat auch was gut ausgelöst also es ist was in Gang gekommen da bin ich dran am Arbeiten und ich habe natürlich auch den letzten Online das Online Coaching was du mit Harald zusammen gemacht wo es leider wo es ihm dann nicht so gut ging natürlich ah das war im Workshop ja genau den Workshop noch mitgemacht da passiert ja auch immer einiges was man da in Gang setzen kann und das arbeitet ja ich versuche das immer auszugleichen also das ist wirklich so dass man sagt ja man weiß wie es geht und man macht es aber man nimmt sich nicht die Zeit und da fasse ich mir dann immer selbst an die Nase und spätestens dann wenn ich merke dass ich so richtig müde bin und eigentlich nur noch schlafen könnte was eigentlich schon fast zu spät wieder ist nehme ich mir dann die Zeit und sage okay Auszeit ist angesagt du musst jetzt mal den Terminkalender kürzer schalten damit du dann wieder auch die Zeit findest für dich selber um Luft zu holen Weißt du wann das eintritt also ist das Schlafbedürfnis und das Ruhebedürfnis ein spätes Indiz oder hast du vielleicht vorher schon so die ersten Signale Ja das dass man eigentlich in dem Moment sagt oh jetzt fällt es aber schwer loszugehen und ich so gern oftmals auch einen Tag energetisch vorbereite damit das wunderbar läuft für mich und für meine Leute wenn ich mit ihnen mich unterhalte und das vergesse ich dann und das ist schon eigentlich ein Indiz aber oftmals die ersten Indizen man ja bewusst erstmal gar nicht so wahrnimmt weil dann sind sie schon vorüber gelaufen Wenn sie klein sind und zart sind also bei mir ist es der Körper habe ich erzählt mein Herz oder früher ich hatte mal Rheuma ohne Rheuma zu haben einfach gemerkt hier ist was mit Handeln angesagt Rheuma in Hand gelassen was muss ich begreifen was muss ich loslassen wo soll ich handeln der Körper ist ein Seismograph und zeigt uns das immer so schön Du hast recht das stimmt jetzt fällt es mir gerade auf bei mir ist es dann immer das rechte Knie was dann sagt ich schwelle jetzt mal ein bisschen an ich will dich nicht laufen lassen Okay vielleicht das Buch Körper Barometer der Seele von Jacques Martel ein Buch was ich empfehle das zweite heißt Krankheit als Weg Rüdiger Dahlke sind Lexika du kannst einfach Knie guck unter Knie dann guck unter Knieschmerzen dann innen oder außen Bänderriss oder sowas und kannst du gucken was ist das für ein seelischer Ausdruck du kannst genau schauen übrigens auch sehr hilfreich für Menschen Kleider das Buch ich habe es jetzt hinter dem Ding da habe ich immer griffbereit wenn mir einer in der Lebensgeschichte in der Biografiearbeit erzählt was er für Wiederkehrende oder chronische Krankheiten hat dann gucke ich immer nach was kann denn da den ich sage nur Migräne ich nehme ich nehme ich nehme manchmal Louis hey ja Louis hey ist auch wunderbar ganz toll super ja das auf jeden Fall wie hast du es für dich zum ersten mal festgestellt oder auch an der körperlichen wie ist es jetzt bewusst geworden wirklich krass ist diese geschichte die ich gerade erzähle mit dem mit dem mit den Handgelenken also also das war so schlimm dass ich ich konnte keinen rückwärtsgang im auto einlegen und Hundeleine Ohr und Schlüssel im Schloss drehen ganz schwierig und meine Tochter die beim Arzt arbeitet die Arzthelferin sagt irgendwann Mama ich mache dir jetzt einen Termin als ich heult ein Telefonhörer in der Hand hatte werde ich nie vergessen und dann bin ich zu dem Arzt gegangen und hat der gesagt ja ja das sieht aus für Rheuma geschwollen also Rötung Schwellung Schmerz ist immer geschwollen und Rot und Schmerz und die Rheumafaktoren im Blut waren null waren nicht da dann habe ich gesagt okay ich gehe in Urlaub und dann bin ich an den Weißensee in Kärnten gefahren in Österreich habe ich mich zwei Wochen lang zurückgezogen Retreat mit mir selber und was stimmt nicht mit meinem Leben es gibt die drei großen Felder die habe ich alle überprüft ist es mein Job und dann fiel mir ein das und das und das und das und hier einen faulen Kompromiss und da einen faulen Kompromiss und da ausgenutzt werden also ich will das nicht erzählen und glaube nicht wie blöd ich gewesen bin wirklich die geht einer mit meiner Kreditkarte einkaufen und sagt ich habe sie verloren ja und solche Geschichten also auf jeden Fall denke ich mit der Partnerschaft muss vorbei sein ich gehe nach Hause die Partnerschaft ist vorbei und innerhalb von vier Wochen waren meine Handgelenke schmerzlos das war im Sommer Juli im November ruft der gute Mann an und sagt es war doch immer so nett mit uns lassen wir uns doch mal abends zusammen essen gehen und ich denke okay war so Anfang der Woche am Wochenende und ich bekam innerhalb von 24 Stunden wieder diese Dinge woraufhin ich den Termin abgesagt habe und ich habe ihn nie wieder gesehen das ist das Beste das man ja mein Körper der sagt es ganz genau der sagt es ganz genau wenn ich zum Overthinking neige weil da oben das Karussell passiert es immer zwischen drei und vier nachts werde ich wach bumm steh im Bett eine interessante Zeit ja genau Leber Leberkreislauf in der Organuhr also dieses ganze Verdauen Chemiewerkzeug alle Einflüsse des Lebens verarbeiten und dann weiß ich aha okay und was mache ich dann also ich habe im Moment habe ich eine Challenge laufen mit mir selber mit mir selber Harald unterstützt mich mir einen Wecker gestellt jeden Morgen jeden Morgen und ich will sie will sie mindestens 30 Tage und zwar ohne Ausnahme das ist das Problem ohne Ausnahme durchhalten weil das kennt jeder von euch ja heute ach Gott ich bin ja schon seit drei Uhr wach oder seit vier dann kann ich nicht um halb acht bei mir ist es Meditieren und Sport beides und zwar entweder zusammen oder also hintereinander oder abwechselnd einen Tag so einen Tag so und jetzt habe ich diese 30-Tages-Challenge und habe ohne Ausnahme es gibt keine Ausnahme finito aber wir haben doch Seminare wir fliegen nach Deutschland na und da gibt es ein Hotel aber wir haben na und machst du trotzdem weil ihr kennt das die Ausreden von wegen weil man heute nicht dieses kann oder nicht jenes kann das gibt es auch beim im Zusammenhang mit Essgewohnheiten glutenfrei ich weiß glutenfrei ist das Beste für mich aber Brot schmeckt so gut und so weiter und so fort also dieses wo wo sage ich mir ich darf und wo sage ich mir zum Wohle von was lass es bleiben und bleib übrigens Selbstdisziplin ist auch noch so ein Codewort ich bin nicht selbstdiszipliniert wenn es um mich geht wenn es um Arbeit geht ich sage euch kein Buch nach dem anderen ich könnte jedes Jahr ein Buch schreiben Arbeit ist für mich keine Selbstdisziplin das finde ich aus dem Arm ich liebe das aber mich um mich kümmern wir sind genau beim Thema Lebensbalance ist echt schwierig danke für den Impuls Jana das Thema Körper sagt euch was Sache ist ja Andrea du hast auch die Hand gehoben ja also ich kann sagen jetzt ich habe viele Antworten gekriegt jetzt so eben ich kann zum Beispiel den Tag nicht loslassen es ist so prickelnd so interessant und ich könnte so viel und ich habe schon so viel gemacht und 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 die Ideen springen aus mir raus und ich mache Notizen und 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 habe tausend Heftchen und und schreibe sie voll und alles ist so so extrem cool und ich weiß und ich weiß wie ich die Dinge verbinden kann und der Tag ist einfach nicht lang genug aber ich kriege Probleme mit meinem Einschlafritual ich bräuchte einen Vorschlaghammer ganz ehrlich weil die Lichter müssen irgendwann ausgehen und und ich könnte schreien weil ich habe das Gefühl ich bin so zerrissen irgendwie so ich habe einen Tipp für dich lass mich mal ganz kurz hier lass mich mal ganz kurz gucken und zwar hat mir das tatsächlich eine Trainee in der Ausbildung erzählt und zwar gibt es eine Möglichkeit es ist ein Neurotransmitter den du nehmen kannst vorm Einschlafen ist ein Nahrungsergänzungsmittel ja ich brauche du machst uns keine Werbung die Gliese sind nicht ganz unbekannt gut super ja GABA GABA kennst du GABA GABA äh GAMA äh Buttersäure das ist ein Proteinogen eine Aminosäure und ein Neurotransmitter der normalerweise in der Bauchspeichelgrüse und im Gehirn gebildet wird wirkt beruhigend und sorgt dafür dass man besser einschlafen super also kannst du auch wieder mal bestellen nicht machen aber GABA nee 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 hat mit Butter nichts zu tun das heißt sagen wir GABA GABA einfach googeln googeln mal und diese diese Dinge sollen ohne die machen nicht süchtig die sind keine chemischen Keulen und all das sondern einfach ähm eine Möglichkeit um sich zu entspannen du könntest aber auch ein Hopfen oder ein Baldrian oder ein Johannes Kraut ich nehme das alles schon okay das ist nämlich genau meine Verzweiflung dass ich 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 dufte nach Natur und es äh benebelt mich kurz und irgendwann springt mein Hirn wieder an ja ich bin ich bin gemüde und und mein Kopf ist äh wieder bei diesen Abenteuern das ja okay das ist das typische overthinking Thema overthinking das gedankenkarossel die psychologische rumination von der hast ja schon mal du warst ja schon bei uns im Workshop ja das ist eben etwas wo man nicht mit mit solchen Mitteln drankommt denn es muss eigentlich muss es eine Verhaltensänderung sein ja die Verhaltensänderung die hat nichts mit dem Denken zu tun sondern das ist das ist ein ein Prozess der geht über ein paar Wochen zwei drei vier Monate wo du dranbleiben musst wieder mit der Selbstdisziplin und jetzt kommt noch etwas dazu möglicherweise möglicherweise hilft dir am meisten jetzt in der Phase die komplette Akzeptanz die Akzeptanz der Tatsache dass es jetzt im Moment gerade mal so ist ja ich lasse es laufen wie viele Stunden Schlaf bekommst du sieben ach das ist doch toll hallo wenn du sagen würdest ich schlafe nur drei vier Stunden und ich bin halb krank und ich leide es ist ja so ich schlafe ja die sieben Stunden aber das schiebt sich nach Hintern und dann ich bin um sieben acht Uhr irgendwann dann wach und ich habe nicht das Gefühl dass die Säure aus dem Körper ist ich bin so ich bräuchte eine Massage und Sauna und welchen genau wunderbar das ist genau der richtige Ansatz welchen Sport machst du bei Sauna bist du in der richtigen Richtung nur mit dem falschen Mittel also ich dusche heiß und gehe Wolken zweites Mal richtig Dusche heiß und Sauna gilt leider nicht weil der Stoffwechsel nicht wirklich in Gang kommt es ist nur eine Schutzreaktion des Körpers also Dusche wäre besser nee aber darauf will ich nicht hinaus sondern es geht wirklich um Sport und Bewegung dreimal 30 Minuten Schwitzen bis du zum Schwitzen kommst und zwar über Sport vergeht eine Viertelstunde in der Regel du gehst so lange bis du merkst jetzt kommt das Schwitzen und ab dann rechnest du eine halbe Stunde und das nicht tageweise hintereinander sondern abwechselnd dreimal 30 pro Woche und dann gibt es den Austag das ist genau das wo der Körper dann in eine Routine reinkommt übrigens möglicherweise hilfreich wenn du das vor dem Einschlafen machst oh okay oh stell dir vor du bist völlig ausgepowert Andrea ja dann bin ich platt du bist platt du bist bergauf bergab und hast dich angestrengt nass geschwitzt es sind 30 Grad oder sogar im Winter machst du es auch mit Mikrofaser eingemummelt und dann ist der ganze Schweiß innen drin und dann gehst du nach Hause dann machst du deine Wechseldutsche und dann legst du dich ins Bett ich schwöre dir du wirst schlafen wie ein Baby okay probier es aus ich bin total auf der Selbstpriorisierung trip egal was ich mache ich mache es weil ich mich damit amüsiere und ich bringe die super Leistung das ich von mir auch erwarte es kommt einfach und aber ich merke auch ich verzettle mich in dem Sinne dass ich dann irgendwie meinen Kopf super befriedige aber der Rest hätte Hunger gehabt hätte Durst gehabt hätte ich muss auch mal irgendwo an einer anderen Stelle dran kommen ich kann dir ich kann dir echt nur sagen es ist genau das was ich vorhin aufgezählt habe nämlich dass die meisten klugen hochwegsmenschen die wissen das ja alles und dann kommt dabei hälfte und so weiter such dir einen Coach der in Achtritt sorry ich habe viel Spaß ich weiß schon jetzt überleg mal wenn du die Selbstdisziplin mit Spaß und Freude verbindest verbindest nicht entweder oder das ist ja leider eine häufige Fehldenke nein beides haben genau also getaktet Spaß haben genau aber Spaß haben viel Spaß haben ja genau ja okay danke danke wer hat noch eine Frage haben wir noch eine Hand lass mal gucken sehe ich hier keine Hand gibt es noch Fragen wer braucht noch ein Schmus und Kuschel Coaching von mir darf ich sonst gerade sprechen ja natürlich ich bin schulische Heilpädagogin und ich merke einfach dass mir das schulumfeld wirklich nicht gut tut es ist zu laut zu hektisch kindergarten bis dritte klasse und doch ist es ein wichtiger beruf und es ist ein großer mangel in der schweiz ich nehme auch an in anderen ländern und ich bin so in einem zwiespalt ich würde mich auch gerne selbstständig machen habe auch meine ängste da und ich bin so im zwiespalt als hochsensible nehme ich mich da selbst ernst und sage nein so geht es nicht ich schaffe das nicht oder engagiere ich mich auch wo es mir eben auch wichtig ist ich bin und eben die Selbstständigkeit ich beobachte da dich ja wie du das machst ich finde das ganz toll aber das ist ein langer Weg nein nein es ist kein langer Weg es ist vor allen Dingen ein wichtiger Weg und deswegen Sandra heißt du Sandra ja ich rate jedem Menschen der sich selbstständig machen will nicht seinen alten Job hinzuschmeißen du wirst gebraucht das ist schon richtig und in dem Umfeld in dem du bist das ist tierisch anstrengend ist so ja aber in dir ist eine Sehnsucht nach einer anderen Alternative deswegen behalte das Alte und baue langsam organisch wachsend deine Selbstständigkeit in aller Ruhe Stück für Stück auf dann hast du nämlich keinen Stress dass du musst erfolgreich sein musst Klienten haben musst Marketing machen musst Werbung haben musst blablabla sondern du hast ja dein Grundeinkommen du kannst vielleicht stundenweise reduzieren so dass du Zeit hast das organisch wachsen zu lassen und dann kommt folgende Effekt und den finde ich immer faszinierend zu beobachten das was dir vorher eine belastende Arbeitsaufgabe war und Tätigkeit war in der Schule ist plötzlich gar nicht mehr so schlimm weil du zusätzlich die Alternative gewonnen hast dadurch hat dieses Umfeld nicht mehr den gleichen Stellenwert bekommen das nicht mehr die große Bedeutung als einziges wo man sinnstiften tätig sein kann sondern dann gibt es das eine sinnstiftende und ihr werdet gebraucht die Heilpädagogen natürlich und auf der anderen Seite kannst du aber auch dein Herzensbusiness aufbauen und das ist das was ich wirklich jedem empfehle der sich selbstständig machen will das eine tun das andere nicht lassen und dann kannst du das eine aufbauen das andere langsam Stück für Stück runterfahren so wie es passt für hochsensible ist ein ganz wichtiger Punkt das Sicherheitsbedürfnis das darf nicht verletzt werden und deswegen behalte und starte trotzdem mit dem anderen was macht es wenn hilft dir das weiter ja es hilft mir ich habe nur etwas Hemmungen dann nicht zu outen dass ich da vielleicht eine Praxis oder ein Angebot mache und gleichzeitig in der Schule bin und die dann finden wäre es besser mehr in der Schule das Schöne ist das Schöne ist dass du in einem schulischen Kontext hast du natürlich Restriktionen da gibt es so müssen wir nicht drüber reden ist so wenn du aber dann im schulischen Kontext sagst es strengt jetzt leider den Rahmen an Beratung und Betreuung aber du kannst gerne und hier ist übrigens meine Visiten gerade mehr musst du nicht tun das heißt du hast deinen potenziellen Klientenpool direkt in deiner Umgebung du hast noch nie mal das Hauptthema mit sichtbar werden du hast nur das Hauptthema wie ich das gerade raushöre sorry mit Selbstbewusstsein Selbstvertrauen dazustehen und zu sagen ja ich mache das in der Schule und das ist meine andere Tätigkeit das ist im kostenlosen freien sozialen Rahmen ehrenamtlich oder eben von der Schule bezahlt oder irgendein Amt egal und das ist das für die Leute die tiefer gehen wollen die weiter gehen wollen die extra Service haben was innerhalb vom schulischen Kontext einfach nicht geleistet werden kann ja ist gut ja und wenn du dürfen wollen können beim dürfen haben wir ganz klar gehabt da geht es um die Selbstverantwortung beim können kann die Frage möglicherweise im Raum stehen hatten wir in der Präsentation auch brauche ich noch eine Qualifikation brauche ich noch irgendeine Fortbildung Ausbildung Weiterbildung die mich weiterbringt und beim Wollen geht es um die Entscheidung wie sehr wild ich könnte dich auch fragen wie lange denkst du schon auf der Idee rum schon länger ich bin eigentlich Psychologin habe ich das studiert ich bin auch nicht mehr so die Jüngste und ja ich habe schon wie du auch schon angezündet hast sehr viele Ausbildungen und es braucht einfach irgendwann mal den Mut zu sagen ja und ich gehe raus und ich probiere es und ich mache es richtig konsolidiere und das A und O für diese Menschen die so an der Stelle sind wie du haben so viele Kompetenz schon erworben du brauchst ein Netzwerk mit ähnlich tickenden Menschen das Networking die sich gegenseitige Befruchtung der Tribe die Menschen die sich unterstützen die Mastermind Idee von Napoleon Hill ja Menschen die ein ähnliches Ziel haben sich miteinander zu vernetzen und Push zu geben das schafft mehr Möglichkeiten als du dir sonst überhaupt nur alleine ausdenken kannst ich bewundere einfach auch Leute die dann noch Netzwerken mögen ich mag nicht mehr zum Teil ich habe keine Energie mehr irgendwelche Leute zu treffen noch irgendwas zu machen nein nein nicht irgendwelche Leute ja sorry überleg mal nicht wirklich gleich gesinnt stell dir vor warte mal wieder haben wir die hier Alexandra zum Beispiel Alexandra Weichler ist eine Frau die das gleiche wie du das weiß ich nämlich sehr genau sie fängt jetzt bei uns im September an die Mastercoach Ausbildung zu machen Networking gemeinsam und was brauchst du und was kannst du denn dieses Body Prinzip schubs mich mal und nicht irgendwelche Leute labber rhabar small talk fürchterlich vertane Zeit aber mit Menschen zusammen zu sein die 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 auch groß denken die auch viel fühlen die auch viel wollen die weitergeben möchten im Sinne des Gebers ja aber auf einer balancierten Art die die bringen dich weiter aber die meistens eher sogar bremsen absolut ja also such dir die Menschen in deiner Umgebung oder online auch das geht die die da sind wo du hin willst und vernetz dich mit ihnen genau gut danke okay Laura hat die Hand gehoben hallo guten Abend zusammen wie machst du das beziehungsweise vielleicht auch andere die mit Menschen schon arbeiten dass ihr wenn man so viel spürt und wahrnimmt dass das vom Gegenüber seins oder ihrs bleibt und meins meins also nicht im Sinne von ich projiziere meine Themen auf mein Gegenüber sondern diese ganzen Energien und so weiter dass das da bleibt und ich bei mir bleibe beziehungsweise das vielleicht auch nicht in Gänze wieder mitnehme wenn dann der Mensch sich verabschiedet weil das ist so ein bisschen ich glaube noch ein Thema von mir was mich auch bis jetzt noch nicht hat den Schritt gehen lassen mit Menschen zu arbeiten obwohl ich weiß ich könnte wahnsinnig viel geben oder helfen oder begleiten aber ich auch weiß ich habe wirklich Respekt davor mich da an der Stelle nicht so abgrenzen zu können dass es mir weiter gut geht verstehst du was ich meine ja hundertprozentig verstehe ich das das ist der Unterschied zwischen professionellem arbeiten und leid arbeiten ich muss es wirklich so sagen als Profi hast du einen Lotus-Effekt das sind Profi ja deinen Lotus-Effekt weißt du wie wenn du deine Nano-Versiegelung auf dein Auto wachsen lässt und du gehst durch die Waschanlage und du wirst nass natürlich wirst du nass im Gespräch mit deinem Klienten du weinst auch mal mit aber es perlt an dir ab weil du merkst du bist nur ein Spiegel du bist ein Spiegel eine möglichst klare Fläche wo der Mensch sich sieht und weil du so mit ihm bist wie du bist mit diesen Fähigkeiten kann der sich ja einfach du du schaffst dadurch ein Feld wo sich andere Menschen erfahren Frauen ermutigt fühlen sich die Erlaubnis geben so zu sein wie sie sind und deswegen darfst du auf keinen Fall die Stacheldraht-Mentalität es gibt ganz viele so Tools und Methoden wo du als hochsensibler dich abgrenzen mein Tanzbereich dein Tanzbereich sehr richtig und wichtig in der Arbeit mit anderen Menschen ist es durchfließen lassen durchfließen lassen oder abperlen lassen einer meiner wichtigsten Lehrer Koray Peder Stämmer an einem Zen-Meister hat mal gesagt was kümmert was kümmert die Marmorsäule wenn die Jauche auf sie spritzt Jauche perlt einfach nur ab Menschen kommen nicht zu dir in irgendeine Form von Beratung weil sie glücklich sind und zufrieden und happy nur weil sie Leid haben die sind auch nur bereit viel Zeit und Energie und Geld zu investieren wenn sie einen hohen Leidensdruck haben und was deine Aufgabe ist den Leidensdruck ist immer die gleiche ist immer der gleiche Mensch schauen wo ist das Glas halb voll wo ist halb leer reframing kannst du lernen reines professionelles tun wirklich wenn dieser muss dann verschenkt dich an die Welt die braucht dich und das ist nämlich genau das was ich mich gerade frage ich habe so das Gefühl es geht wahrscheinlich die Hälfte der Menschen hier gerade so ich habe schon so viel gemacht ich habe schon so viel gesehen ich habe schon so viel blubadiblu ich will gar nicht mehr so viel aber ich habe das Gefühl vielleicht braucht es wirklich doch noch irgendwie ein Werkzeug oder so ein üblicherweise ist es so deswegen haben wir bei diesem Könnteil die Qualifikation wenn du das hat das mit Sicherheit zu tun ganz ehrlich viele viele Menschen und ich habe jetzt wir machen die Ausbildung seit 13 Jahren das ist das 13te Jahr die haben alle Kompetenzen und Werkzeuge und Methoden und Tools die haben das gelernt die fünfte Ausbildung die sie bei uns machen was sie brauchen ist Sicherheit was sie brauchen ist Selbstvertrauen Selbstpersönlichkeit das geht doch nicht um Handwerkszeug kannst Bücher lesen ganze Regal voll toll geile Bücher Methoden Tools Schnickschnack Übungen brauchst du nicht die können wir wirklich nachlesen was wir brauchen ist das Standing das Professionelle das Klare das Offene das Einladende das Ermutigende das Erlaubnisgebende das geschieht indem du in deine eigene Größe kommst dann ziehst du die Menschen an die auch zu dir passen auch da es geht immer um Balance das ganze Leben ist ein Sinuskurve immer geht immer um Balance wenn du in dir das Gefühl hast da fehlt noch was spür hin was fehlt vielleicht ist es wie bei Sandra das Thema Netzwerk Community welche Menschen sind in deiner Umgebung fördern die dich nähren die dich unterstützen die dich oder sagen die oh lass mal bleiben ja sowohl als auch aber ganz konkret ist es jetzt gerade einfach ich komme aus einer Erschöpfungsphase aus genau das was du vorhin geschrieben hast und jetzt komme ich aber langsam wieder zu mir zurück und dieses Thema Selbstständigkeit das ist schon das begleitet mich schon jahrelang und jedes Mal war immer irgendwas was mir wieder so zurückgezogen hat dann habe ich mich nicht getraut dann dachte ich es reicht noch nicht aber ich habe so unfassbar klar jetzt dass einfach ich stehe kurz davor und jetzt gucke ich wie du sagst was muss passieren damit genau was muss passieren wo ist das Quäntchen von Mut wie bekommst du den da bin ich gerade am reinfühlen am rausfinden danke dir gerne Sandra Judith hat geschrieben ich weiß nicht ob du es im Chat gesehen hast noch eine Schweizerin vernetz toi lascht euch aus und alle anderen hochx-community hochx-community bei Facebook Networking auf Deutel komm raus sucht Buddies Masterminds stellt eure Angebote rein sagt wenn ihr etwas für andere machen möchtet wo ihr euch austauschen möchtet dafür ist die Community da Fragen stellen es ist immer wunderschön welche Antworten da kommen ich bin immer ganz ganz glücklich und beseelt wenn ich wenn ich sehe wie viel Unterstützung da bereit bin ich gegeben und verschätze das Tolle bei diesen tollen Menschen so ich ich sehe noch eine ja Alexandra Spatzelchen erzähle ja weil weil ich jetzt gerade den beiden letzten also Sandra und Laura zugehört habe ich bin ja noch nicht lange in der hochx-community war aber sehr begeistert und im September geht die Ausbildung los das ist für mich eigentlich jetzt schon und wenn jemand was mit Ausbrennen zu tun hat dann bin ich das wirklich so gerade 14 18 Stunden Feuer und Flamme für irgendwas und dann passt nichts mehr rein das lernt man was ich allerdings wirklich toll finde in der Community ich habe zwei Buddies ich habe ein ja ich habe einmal einen Buddy der mit mir einmal die Woche im Pomodoro Prinzip die Internetseite erstellt also ich bin jetzt da bin ich sehr gut aufgehoben also Pomodoro heißt so Scheibchenweise an was arbeiten das ist nicht unbedingt mein Stil ich drücke gleich die ganze Tomate durch und das lerne ich gerade ganz liebevoll und dann ist der andere Buddy hier auch heute online die Andrea und wir schreiben gemeinsam weiter in unserem Buch und tauschen uns da aus also ich finde die Community deswegen so toll weil es so viele unterschiedliche ich sage ja Vielfühler also dieses Hoch-X-Thema gibt und da ist für jeden was dabei und auch die Beiträge die ich dann lese haben mir immer geholfen jetzt auch wo ich so ausgebrannt war war ich so dankbar als ich gesehen habe dass heute genau zu diesem Thema dann wieder ein Workshop da ist also mir hilft das sehr und auch die Menschen die da sind deswegen wollte ich das gerne empfehlen weil das auch für mich neu ist also ich habe das jetzt lange bin ich jetzt in der Hoch-X-Community ich glaube anderthalb Monate länger ist es noch gar nicht und das hat mich schon sehr sehr weit gebracht also wollte ich nur mal sagen ich habe den Link zur Gruppe gerade mal in den Chat reingeschrieben wer möchte da könnt euch austauschen vernetzt euch stellt euch vor sagt was ihr sucht wenn du nicht sagst was du willst dann kannst du es nicht bekommen was du suchst immer ausdrücken seid offen Andrea schreibt auch immer viel und schön und wirklich wertvolles hilfreiches in der Community dafür ist sie da genau jetzt war hier noch war noch Fragen ich möchte das ich möchte tatsächlich jetzt auch Schluss machen da war die Frage ob ich noch was über unsere Ausbildung erzähle und die Kurse ihr kennt ihr kennt unsere Website da steht alles drin über die Ausbildung bitte bitte wer wirklich noch was wissen möchte ich finde das ist jetzt nicht so der Rahmen wir machen dann gerne ein Gespräch schreibt eine E-Mail wir tauschen uns aus dann schauen wir ob da irgendetwas ist was wir anbieten können wir machen keine Einzelcoachings mehr nur Ausbildung Fortbildung und dann sag Bescheid was du was du für Fragen hast und dann machen wir das im persönlichen Gespräch das ist besser als jetzt in dem Rahmen D Untertitelung des ZDF, 2020